Hallo und herzlich Willkommen zurück. Willkommen zurück zu Dead Space. Eins. Ich bin wieder dran. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht zu überhören, wer dran ist. Ich mache jetzt die Tür auf und sterbe, okay? Okay. Ich schieße euch drauf. Ich weiß jetzt schon, dass du dich bewegen willst. Ich weiß das. Deswegen schieße ich dir die Eier. Ich habe Angst, sowas von Angst, dass oben an der Wand gleich irgendwer hockt, ne? Geh raus. Ja, danke für dich, Lady. Nee, da sitzt, da sitzt drauf. Keiner unten irgendwo wahrscheinlich. Ich frage, ob du ein Mistviech... Müsste tot sein. Möchtest du die Kiste oben ran ziehen, bitte? Die da? Nein, die an... da, ja. Am, 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 am. Äh, fuu. Legste auf den Boden und trappelt drauf. Ich trappelt drauf. Schnell. Nicht weglaufen. Ich sehe keinen Mann hier mehr, oder? Ne, ich habe das Wagen. Danke, dass du endlich die Tür zumust. Ich habe die ganze Zeit die Angst, dass irgendwas hintermacht. Da unten ist ein Dings, ne? Alter, ich habe so eine Moppe. Ähm, ich würde einfach versuchen, da hinten hinzukommen jetzt. Da, ne? Ja. Und ich kratze ins Essen. Was? Mal auf hier zu blicken. Da ist nix. Da ist eine Batterie. Brauchen wir die? Weiß ich nicht. Ne, ich glaube nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Und ich meine... Die Bewegung. Äh, hallo? Okay. Und raus da. Und ich gehe hier raus. Und draußen ist bitte keiner. Da kann man nicht kämpfen ohne Luft. Ende der Schwerelosigkeit. Yeah, thank you. For traveling. Oh. Ja, thank you. Keine Mutter, keine Mutter. Keine Mutter, keine Mutter. Hey! Hä? Ich wusste es. Ich habe damit gerechnet. Man hört die auch nicht. Die passt da. Nein, in einer Schwerelosigkeit ist das glaube ich ein bisschen... Scheiße. Ja. Möchtest du weiterlaufen? Ich wollte die auf... Wo ist denn hier der Ausgang? Da. Scheiße, ey. Was ist denn da da? Ach, Mann. Ich möchte nicht. Ja, mich nicht. Ich wusste das nicht. Ich beschreibe mich jetzt nicht von ihrem Pisser. Auch so zu wollen. Ende des Vakums. Wie steht der da? Okay, ich bin... Ich... Ich rechne mit euch. Ihr passt da. Kann sich eine Reihe noch aufladen, haben wir was? Oh, so. Und speichern. Uhuhuhu, angst speichern. Da möchte ich gerne hin. Du musst die Leute jetzt unterhalten. Von mir wird es nur gekreiche geben und... Ja. Da hättet ihr jetzt mal grad sehen. So richtig so... Angespannt. Ja, lasst mich alle in Ruhe. Lass gerne rüber gehen. Ich hab da alle getötet schon. Ich schwör die Leben. Da liegt noch was. Ja, ich weiß, wo's man geht schon hin. Ich hab mich verklingt. Ich nehm das Wort. Yeah. Zielen und... Die bewegt das. Ich krieg Angst noch. Nein. Musst du gar nicht. Ja. Ich wusste das. Ey, ich schwör... Nein, hab ich nicht, aber... Ich hab damit gerechnet. Aber man hat ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen und ich hab schon drauf gezielt so... Es war so klar. Es war so klar, dass da jetzt einer rauskommt. Der musste das. Das musste. Weil ich jetzt komme. Was? Unten. Nee. Da schießt sie ihm den... Schwanz, darfst du gern sagen. Schwanz, das... Darauf hab ich auch gezielt, doch. Ich trau euch nicht, ey. Und jetzt geht's so runter. Gehen. Schleichen. Schleichen geht schlecht. Weil das... Der Fahrstuhl ist sehr laut fürs Schleichen. Ich will da auch gar nicht. Uuuh. Alter Arm, sterbt mal langsam. Der war abartig. Ich hoffe, das Ding ist tot. Und das liegt... Von mir könnte leider nicht erwarten, dass ich sehr weit komme. Ich geb mir... Hallo? Hä? Ja. Die Fresse soll mal bitte nicht rumfliegen. Ich hab mich voll nett. Uuuh. Da lag noch was, ne? Ich seh' dich. Ich hab dich im Auge. Wen hast du? Wo lag noch was? Da lag noch was, ne? Wo lag noch was drin drin? Da drinnen liegen noch Sachen. Da kann man noch viel ausgemotern. Wo lag noch was? Im Schrank. Da liegt... Da steht was auf dem Boden. Ist it safe? Ist es sicher? Ganz bestimmt nicht. Da. Ne, das wollen wir uns leider nicht. Ne. Doch bitte. Sie laufen noch schön weiter. Ich lauf auch noch weiter, aber... Man kann ja... Sicherheits... Stationen... Hahaha. Die komplett überhaupt nicht sicher ist. Mein Schweil. Ich kreisch ums Verrecken. Da liegt noch was. Juhu! Oh mein Gott. Ja genau. E, E, E. Ach, weiß ich nicht. Alter. Was war das? Das war ein ganz kleine... Wie? Ich würde dich schießen. Alter! Ja? Die haben mein Leben voll weg... Fetzt. Du kleiner Arsch, ey. Du hast sie bestimmt mit dir rumgetragen. So, ich würde dann sagen, du lädst dich auf. Ja? Alter! Ich höre schon wieder was. Ich suche erstmal das E. Ja. Reicht. Jetzt gehen wir schön weiter. Das war... So, bitte wieder. Alter, wo... Ich hab die überhaupt nicht wahrgenommen. Ich dachte, so ein kleines Kackkind kriegt mich schon wieder an. So ein kleines wie ich vorhin getönt habe. Ja. Ja. Ich mach das grad richtig falsch, dass ich jetzt schon anvisiere und mich dann danach nicht mehr bewegen kann. Ey, ich schwör, da kommt einer runter. Ich weiß es. Komm so rein. Ich renne einfach vorbei. Giro nimmer. Ha, 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 ha. Alles gut. Nee. Irgendwie nicht. Ich trau dir niemandem. Ich trau dir niemandem. Du darfst da vorne sogar jetzt ran. Wo muss ich jetzt ran? Ich glaub vorwärts. Ja. Ähm. Schau, wir haben noch einen Knoten, aber den können wir nicht beim Shoppen, ne? Aber ich wollte mir gern Stase holen. Ich wollte mir gerne Stase holen. Ich weiß, dass ich es brauche. Stase holen. Äh... Wo ist denn Stase? Wie, wir können den... Den nicht. Ach, den haben wir schon. Den haben wir doch schon. Kriegen wir keinen Dreier? Den müssen wir wahrscheinlich noch finden. Kann man den nicht runter? Denk ich mal. Das war's. Wir können uns auch Energieknoten kaufen müssen. Ja. Ähm. Können wir ja sonst vielleicht nacheim machen. Sonst guck erstmal kurz... Energieknoten kaufen? Ja. Guck mal im Inventar. Haben wir nicht da irgendwas aufgehoben? Für... Also nicht nur einen Energieknoten? Einen Energieknoten haben wir irgendwo. Irgendwo. Ja. Mit groß und mit euch. Ja. Ich würde das... Na, dann habe ich aber noch ein Megali-Pack mehr. Ne, dann lass das mal lieber drin. Oder soll ich tauschen? Den mittelaren ins Inventar holen und den großen reinpacken? Achso, ja. Das würde ich machen und den nur mit. Im Safe bitte. Hä? Im Safe? In der Inventar holen. Ja, ja. Die verwechseln das wohl ein bisschen noch. Ja. Da ist er wirklich. Da ist er wirklich. Da ist er wirklich. Da ist er wirklich. Ja. Da ist er wirklich. Ein Impulsgewehr. Ja. Und eine Strahlenkanäle. Slicer mit breitem Strahl und Zeitsteuertermine. Hört sich cool an. Oh? Möchte ich aber nicht unbedingt. Dann muss ich noch mal andere Waffe zeigen. Also den würde ich jetzt nicht unbedingt zeigen wollen. Erstens der ist teuer. Und ich glaube nicht, dass der sich lohnt. Hydrazinindustriebrennende. Militärische Stummgewirn mit hoher Feuerwarte. Ja, entweder den würde ich wohl eher. Erstens ist der günstiger. Cooler. Für den cooler. Ja, muss doch. Später mal. Später. 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 Hätte ich gern. Kaufe mir alles. Und dann gehe ich hier raus. Und wir gehen jetzt schön weiter. Ja, ja. Du setzt das Ding da vorne ein. Ich setze das Ding da vorne ein. Und da ist ein Loch. Das ist auch gut. Und da ist ein Loch. Hallo? Jetzt. Ich würde da ein bisschen zurückgehen. Das ist lustig. Jetzt häng ich. Da ist ne Tür. Ja, da ist ne Tür. Das haben die mal schön mal gesagt. Ich. 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 Geil ich nicht. Schön. Ich. Ich. Mach die Tür vor. Ich. Guck mal da liegt doch sogar was. Ah. Ja, toll. Ich. Ich. Glaub' aus Lampen kommen die nicht. Ihr wollt mein Gesicht nicht sehen. Was. Kam da durch? Da ist ein Loch. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden, wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Oh Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schleppen Sie ihn nach unten. Himmel. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Du willst nur, dass wir dahin latschen und sterben. Ja. Ich gehe da nicht lang. Das kannst du sowas von knicken, dass ich da lang gehe. Ich gehe da nicht lang. Ich hoffe, dir... ...kommt mir doch gleich was aus dem Loch entgegengesprochen, Alter. Ishimura-Klinik. Alter. Ohne Scheiß, da gehe ich doch jetzt nicht rein. Doch, musst du aber leider. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Hallo, ich habe eh gedrückt. Ich habe da noch stehen, dass du es gehabt hast. Nee. 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 Alter, was ist das? Geh ein Stück rein. Fakt ist... Shit, ne? Ja, geh ein Stück rein. Shit. Geh ein Stück rein. Ich gehe da doch nicht... Bist du behindert? Alter. Ja, hier wurden wohl ein paar... ...gemetzelt. Notaufnahme. Ja, genau. Ich... 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 Ich lese jetzt die Wende vor. Hier ist kein Ding, ne? Ich schwöre, ich sehe euch alle, ne? Wie ihr hier herkommt. Ich will das nicht. Er dich, nein! Ich will das einfach nicht. Sorry, we are full. Was steht da? Save us? In... Beknackt geschrieben? Oder... Ich hab keine Ahnung, was es sonst sein soll. Keine Ahnung, kann ich nicht entziffern. Ähm... Don't open the door. They have... Come? They come? They have come? Ich weiß es nicht. Macht nicht die Tür auf. Sie come. Sorry, had you... From no... Family? Nein. Sorry, had you family... I can't even read it. Try again. Irgendwas steht da. I will be through? Hm. Hm. Weiß ich nicht. Look, jetzt leucht ich die Wand an. Blob. Okay. Keine Ahnung. We're... Okay, das ist alles, ich habe so schämenhaft. It's time. For was? Äh, für was? Hey, it's okay to be fuckered. Yay! Thank you! Ich liebe dich, du kleiner Arschkrampfen-typ. Give them hope. Gib ihnen Hoffnung. Them... Irgendwas mit Stärke... They will last a bit longer. Sie werden ein bisschen länger halten, beziehungsweise länger leben. Ja, so fuck it. Muss ich das noch mal setzen? Ich glaube nicht. Okay, ah. Fuck, der macht das mal ein. Alter, ich höre das schon. Du hörst es schon grunzen. Ich schwöre, wenn ich mich jetzt hier so rein. Da ans Fenster, dann bricht irgendwann das Fenster auf und knallt da mir ins Gesicht und frisst meine eigene Weide und... Ja, help me, help me, help me. Me! Nein. Dann helf ich ja nicht. Ich helf mir selber, ja. Guck mal, die ganzen... Der Drücke, da... Ja, natürlich, klatter, klatter. Alter, ich guck da jetzt was zum Mal rein. Da ist auf jeden Fall was zum Einsammeln. Ja, einiges zum Einsammeln für uns. Alter, schön. So, Rivia, full. Guck mal, da... Oh, ja, schön. Oh, lecker. Da hinten möchte ich hin. Das ist meine Traumwohnung. Auf jeden Fall. Fuck, das ist... Chip, ja, Chip. Ja, hey! Hi! Und so... Wir... Wir sind die Neuen. Wer bist du? Wir wollen nur... Nur kurz zum Captain. Wir wollen nur kurz zum Captain was holen. Ganz anderes. Wir... Wir wollen dich gar nicht. Guck mal, er grummelt schon. Ich glaube, er hat Hunger. Ja. Wir wollen dich gar nicht... Aber ja. Angreifen. Du uns auch nicht. Wir sind ganz... Ihr seid voll, ne? Voll, magenvoll. Ihr wollt uns nicht. Genau. Ihr seid satt. Und ich werde diese Tür nicht mehr öffnen. Also... Das tun wir dann wohl... In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Vielleicht heil ich nochmal ein... Nee. Oder ich mach es zu. Und wir sind... In der nächsten Folge wieder. Genau. Machen wir es so. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss, tschüss.